Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Trumps Strafzölle und die Auswirkungen auf Apple-Produkte. Ein neues MacBook Air und Apples Lösung für ein kleines Glastürenproblem im Apple-Park. Das alles und noch mehr jetzt in 99 Sekunden. Schon beim Bau des neuen Apple Campus ist ein Bauunternehmer gegen eine Glastür gelaufen. Im Januar haben sich dann drei weitere Apple-Angestellte an den Glasscheiben verletzt. Nachdem den Mitarbeitern untersagt worden war, Post-its an die Scheiben zu kleben, bringt Apple jetzt selber schwarze Aufkleber an. Das von vielen schon totgeglaubte MacBook Air soll laut KGI doch nochmal eine neue Version bekommen. Das MacBook Air wurde schon seit über zwei Jahren nicht mehr erneuert. Das neue MacBook Air soll günstiger sein und im zweiten Quartal auf den Markt kommen. Der KGI-Analyst vermutet auch, dass Apple Ende 2018 neben neuen AirPods eigene Over-Ear-Kopfhörer vorstellen wird. Donald Trump kündigte diese Woche Strafzölle auf Stahl und Aluminium an. Beides sind oft genutzte Materialien von Apple und so könnten auch Apple-Produkte teurer werden. Da der Großteil aller Produkte nicht in den USA produziert werden, könnte Apple aber nochmal Glück gehabt haben. Anders sieht es dann schon aus, wenn die Zölle auch auf fertige Produkte, die Aluminium enthalten, angewendet werden. Aber keine Sorge, erstens ist noch nicht genau klar, wie Trumps Pläne aussehen und ob er sie nach scharfer Kritik aus der Industrie auch durchzieht. Und zweitens, sollte es tatsächlich dazu kommen, reden wir über Preiserhöhungen im Bereich von wenigen Euro. Die Fantastischen Vier haben das erste AR-Musikvideo veröffentlicht. Die App nutzt Apples AR-Kit und funktioniert dementsprechend gut. Diese Woche wurde ein neues Designkonzept für macOS veröffentlicht. Die letzte große Designänderung von macOS ist ja schon etwas her. Ob Apple nach dem letzten mageren Update so einen großen Schritt macht, ist aber eher ungewiss, da sie sich zumindest bei iOS lieber auf die Performance konzentrieren wollen, anstatt viele neue Features zu entwickeln. Wollt ihr, dass Apple sich beim neuen macOS lieber auf die Performance konzentriert oder auf ein neues Design und Features? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017